das hat doch alles gepasst das hat doch alles gepasst Du konntest die doch direkt abschießen nein aber das... aha... das war eigentlich nicht so gut, das hab ich gar nicht registriert, dass da oben irgendwas ist nein, das muss jetzt kannst du irgendwas machen, jetzt sind die ausgeschaltet oh, warte mal, warte mal, nein, die sind nicht ausgeschaltet oh, wo ist denn das halt denn da oben? mach das mal, warte mal nein, da oben, da oben, da unten, da unten, aua da unten, jetzt mach das ein bisschen tiefer lass dein Ding mal fallen jetzt genau, okay, gut jetzt ist hier schon mal eins, okay, das heißt wir können da schon mal, aua, durch so und jetzt wenn ich das da oben mache, dann wird dieses blaue aktiviert jaja das heißt, ah, warte mal warte mal, warte mal, warte mal äh, du, wir benutzen gerade meine Strahlen, ne, meine Portale gut, dann setzt du mal da eins hin da hin und ja, passt, da, da ist ja schon deins okay ah, na gut, jetzt müssen wir da durchgehen können, ja, warte mal, nee, nee, noch nicht noch nicht, warte, ich stell mich mal hier drauf, mal gucken, was sich dann ändert ja, ja, nicht viel die machen die sofort kaputt nee, kacke ist, wir bräuchten warte, kannst du die vielleicht ablenken? ah, nee, wenn ich jetzt hier runtergehe, dann wirst du ja sofort kaputt gemacht wie kommen wir jetzt beide hin, ohne dass wir doch jetzt, jetzt sind wir beide auch hier warte, 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 ich weiß, wie wir das kriegen wenn ich jetzt weggehe warte, dann geh mal da runter, dann geh mal da runter, ich hab das nämlich eben geschafft jetzt ich weiß nicht, ob das so sein sollte wo das ein Bug ist oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott ne, klappt nicht ähm ja, warte mal, äh wir müssen ich seh beide auf mir, er lautet ja, wir müssen die hässlichen Dinger da irgendwie kaputt kriegen ja, wie soll denn das gehen? werden das muss man mit dem Laser sein machen? ja, das muss man auch mit dem Laser machen, aber ich frag mich grad, wie das ja, dann stell du das Laser da durchgehen, stell du dir auf das beschissene Tal hier drauf ach ja, das kann ja durch den Laser gehen, äh, durch das Glas gehen, stimmt jetzt mach die mal kaputt was soll das? Monster die gehören zu uns das ist, was ich die ganze Zeit gesagt habe ja, ja ja, mein Gott, ich war voll irritiert ja, okay Space springen, bam was ist da los? hier, komm, einmal einklatschen, komm komm, wir müssen einmal einklatschen was? ich kann aber mitteilen, dass es für einen von uns sehr sehr gut aussieht ja, für mich natürlich, ne? bitte weiter zur nächsten Testkammer sie lieben gerne Schatzileien ja, lol, so simpel die Lösung und, äh, komm ja, wir haben das voll nicht hingekriegt 5 Minuten rum, oder so? mindestens, ja oh, dieser Zwischen-Sound, der ist immer richtig laut, ey die Zusammen- und Abbauung da ja, ich hab den Sound relativ weit runter gekrempelt ja, sonst ist der okay, nur bei dem über dieser Zwischenfrequenz da ja, kann gut sein okay oh, das ist, lol ich weiß nicht, was ihr da glaubt zu tun aber es gefällt mir nicht hört auf damit warte, Schere-Stein-Part-Pier, komm, wir spielen Schere-Stein-Part-Pier und hier eine so wundervolle Partnerschaft entwickelt in der einer von euch die Denkaufgaben bewältigt gewonnen ja, du hast gewonnen warte jetzt gewinn ich warte, 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 warte okay kommt mal zu mir alex geht euch das geht durch das weiter ja die man durch das portal nein müssen wir nicht du musst das geht durch das portal einfach bin ich bist du gar nicht die sich das portal nach so irritierung ich kann nicht mehr nach unten gucken geh nach vorne nein 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 geh nach vorne warte nein alles dabei jetzt bleibt da so sitz Alex nee warte nee geh doch jetzt gehst du auf das andere portal nee geh auf das zweite da oder auf das erste auf das erste muss jetzt gehen alter hallo schießt du ein Alex schießt du ein portal dahin wenn du da oben bist dahin merkt ihr welches du geschossen hast und jetzt stelle ich mal auf das erste da auf das hier warte 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 nee du weh die aufpassen so das wollte ich nicht komm noch mal her für die uns auch so leichter stammt ja ja aber erst mal brauchen wir das Ding ja um den Laser überhaupt umlenken zu können durch so geh da durch bleib da stehen sag mal bist du eigentlich ja ich riecht ich weil ich einfach cool bin jetzt geh da mal hin so und jetzt geh da mal bis zur Mitte bleib da jetzt falsch da hin geh mal da nach vorne soll ich hier ein portal nicht schießen nein geh mal da hin so warte halt nein so geh mal weiter nach unten bleib da bleib da oha oha da kommst du nicht mehr nach oben jetzt oder ja doch so wollte ich mir hin nein fuck ja jetzt kommst du aber nee warte wir können ja unsere Portale gegenseitig nutzen ähm bleib da stehen bleib da stehen bleib da stehen wo muss ich denn hin jetzt geh da hin jetzt stell dich auf das da das da ach so ein portal schießen nee ach so und jetzt nehmen das Ding da ah da ist er jetzt sehen wir das Ding wieder nach ah Gott oh 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 nochmal so und jetzt Alex jetzt leu komm hier nicht durch okay nee Alex jetzt schieß direkt nein 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 schieß direkt da eins hin ach so damit du dann da direkt gleich durch kannst ok weiter nach da mein Gott nein jetzt kannst du nee warte auf warte jo alter jo bleib stehen nee 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 boah du bist so ein dämliches mieses fucking stück scheiße jetzt klappt das doch schon wieder nicht mein Gott klar dann muss ich halt wieder zurücklaufen ja aber das halt das ist voll viel zeit die dabei verloren geht ja ist egal ja wir haben ja sonst nichts zu tun so jetzt nehmen wir den kubus lauf zurück nein 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 aufpassen 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 nein 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 alter geht ja Vorsicht hierhin ja nee nee Alex hat doch noch doch warte 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 lass mal kurz bitte so äh so wie eben war cooler hä ja eben war es cooler das war irgendwie anders eben da habe ich das ja genau so ja jetzt jetzt mach da ein portal hin da perfekt perfekt jetzt geht er ganz nach äh jawohl warte oh und sicher dass ihr drauf muss wir werden es sehen warte so ok jetzt fahre ich wieder runter runter und warte halt nein nicht boah alter Vater so nein 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 nee warte schmeiß das Ding mal ja schmeiß das Ding mal nach unten schmeiß das Ding mal zu mir vielleicht kann ich da drauf nein dann kommst du nicht mehr hoch nein nein wir riskieren das nicht warte wir riskieren das nicht schmeiß das Ding mal zu mir gehst dahin bis ich mir ein zweites Portal machen kann ich will kein Risiko komm mich wieder runter schmeiß das Ding zu mir mein Gott wir kommen dann doch runter schmeiß das Ding bitte ich bitte ich flehe dich an ich flehe dich an dass du den Kubus da nach unten schmeißt du fährst mich irgendwo runter bis ich total nein Alex nein schmeiß das Ding da runter alter bitte du kommst da nicht mehr hoch das ist doch ich komm da bitte Alex bitte vertrau mir du kommst da nicht mehr hoch vertrau mir Mann ok warte du springst halt erstes runter du und dann zeigst du mir wie du wieder hochkommst so und jetzt gut sehr schön jetzt ist meiner ok jetzt hab ich gekriegt nochmal die raus also kann ich jetzt ja machen ja so so Nummer 1 ähm warte müssen wir jetzt so mit das war voll schwierig kann das sein mich da so durch zu navigieren es ging so weiter geht's als würde ich eure Leistungen nur mit Kollaborationspunkten bewerten tatsächlich fließt jedoch jeder einzelne Aspekt in euer Endergebnis ein mach Orange du hast zum Beispiel eben zwei Chancen Hinweispunkte eingebüßt gar nicht wahr boah ist die fies ey er zieht die mir noch ja und ich habe die vier Punkte bekommst du hast es ja auch nicht verdient das ist ganz einfach der das nicht kriegt ja weißt du der hat es doch nicht verdient ja warte das war jetzt falsch rum ist äu egal ist aber wohl lustig das Game also macht wohl Spaß das machte wohl Spaß ich wiederhole dies ist kein Wettbewerb nein aber wenn es das wäre dann würde Blue gewinnen das ist aber keiner ja es ist aber keiner das gehört jetzt ist es bestimmt was Negatives jetzt hast du mir wieder weggenommen nimm nimm du hey wie geht der weg warum geht der weg indem du da drauf drückst mein Gott ich weiß ich habe ihn dir weggenommen ganz einfach boah ich war doch gerade jetzt alter jetzt hör mich auf zu trollen ok in welche Richtung musst du das leiten in das da rein gucken wir mal ah ah fehl ja warte mal toll nee leite das mal da rein bitte hier rein nein falsch rum in den hier ja jetzt leitet das mal in den da rein oh mein Gott 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 ach du scheiße ach du scheiße nein aua 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 hör auf alter wenn ich jetzt sterbe hör auf lass das lass die scheiße hör auf man hör auf Alex komm bitte nein Alex hör auf geht hör auf oi 喝 hör auf aua aua arnein nicht nicht runterfallen nicht runterfallen erента nicht Nein, sterbe ich auch nicht. Okay. Jetzt lenkt das. Nein, nicht da. Da tütest du mich doch. Ich weiß das doch. Ich weiß das doch. Ich weiß. Au, nein, nein, nein. Nein, aus. Alex, bitte komm. Ey. Jetzt drück da drauf. Oh nein, nein, nein. Ja. Das hat echt lenk. Dann warte, machen wir das. Warte mal. Jetzt geht er hin wieder. Ja, okay. Ach, warte, jetzt weiß ich. Nein, nein, nein. Du bist ein Assi. Okay, ich höre jetzt alles vernünftig. Okay. Ich habe jetzt eine Idee, was wir machen müssen. So, jetzt mach. Jetzt geh hin, tu das Ding in der Mitte. Oh, jetzt mach das Ding ganz links. Warte, das muss ich aber schnell machen, bevor das runtergeht, ne? Mach das Ding ganz links einfach jetzt direkt. Ich glaube, das geht nicht runter. Ich glaube, das bleibt oben. Nein. Ja, okay, dann mach ich das ganz nach oben. Da haben wir jetzt aufhört, weil ich sehe das nicht mehr. Ähm. Jetzt hört es auf. Ball dich, Mann. Jawohl.